Nehm ich? Ne, ich nehm keine Pistole. Ne. Oh, die ist gar nicht so schlecht. Finde ich. Was denn? Kann nichts mehr machen. Du guckst irgendwie auch nach oben. Ich verarzt mich mal kurz. Mal schauen. Geh wieder? Während tut er sich nicht. Das ist nett, dankeschön. Ah, klar! Guck mal wie die Kettensäge hier rüberfliegt. Ne, 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 ne. Wobei auf die Dauer bringt die Kettensäge vielleicht nicht so viel. Ich glaub, das wird ja auch ziemlich langsam, oder? Ja, das stimmt und ich treff auch nicht so viel. Ah, ich nehm mal. Ne, ich nehm lieber die hier. Nein, ich wollte nicht die Kettensäge. Ah, passt auf. Es wird gekocht. Fluchttraum ist Säure. Aber doch nicht hier drinnen schon. Doch, das siehst du ja. Ist doch kacke. Ciao, ciao! Wo denn? Oh ja. Lustig geklaut. War's, du hast es umgebracht? Ja, das ist voll der Cheater. Wer? Wieso, was hab ich gemacht? Ich hab gar nicht hingeguckt. Hey Leute, kommt auf den Karneval. Oh fuck, fuck. Scheiße. Ich bin aber ein Ei gelegt, ey. Scheiße. Oh, Alter. Wie viele sind denn hier jetzt? Ja, Alter. Ach du Scheiße. Haut ab. Oh Gott. Oh, weg hier. Ja, spring mir halt ins Gesicht. Kein Ding. Ja, hat die Witch auch gemacht. Oh, Hunter. Hunter. Ja, aber die Witch war böse. Oh Mann, ich werd immer langsamer, ey. Ja, du bist gut angehittet. Ich werd aber auch immer älter, ne? Ja. So, hier gibt's Schmerzmittel. Oh, und Waffen. Hier gibt's keine Waffen. Ja. Okay, hier gibt's... Ah ne, das ist... Moment, was ist denn hier Schönes drin? Kann ich mir irgendwo Pielen abgreifen? Oh, Waffen. Okay, hier ist ne Axt. Und... Kanister. Also, falls... Ja, da könnte man vielleicht auch einen mitnehmen oder so. Okay, und hier... Ich nehm wohl die Axt. Hier ist auch ein Katana. Oh, das ist geil. Ich bin ein waschechter Amerikaner. Waffen, Waffen. Hier gibt's Waffen. Waffen, Waffen. Ich hab hier ne schöne Axt. Und hier gibt's... Was... Das ist ne Spitzhacke. Was? Wo? Wo? Hä? Es gibt Spitzhacken? Ja. Das ist ne Axt. Ja. Glaub ich auch. Nee, das ist ne Spitzhacke. Nein, das ist ne Axt. Das ist ne Axt. Du hast du aus dem Ding... Also ne Axt. Hunter und Boomer. Hunter und Boomer. Ja, toll. Und Nico nimmt beide mit. Und ein Clown war auch noch dabei. Ah. Oh, Alter. Das hat sogar mir damage gemacht. Ich schnapp's mir wieder alle hier. Oh nein. Hahaha. Ah. Ah, super. Ah. Ah. Oh, was liegt denn hier schön? Oh, ja. Hier, hier. Das sind schöne Waffen. Na, die haben mir schon so stumm gewehrt. Stumm gewehrt, ja. Hm, hab ich mir schon gekrallt. Oh, Zuckerwatte. Oh, Zuckerwatte. Wie ging's denn jetzt hier lang? Zuckerwatte. Hotdogs? Oh, hier. Mädepäckchen. Guck mal her. Oh, 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 oh. Da. Filmbandszeug. Wo? Ist schon weg. Hat sich irgendeiner geschnappt. Mit diese gierigen Geier. Haha. Aber hier ist noch eins. Nico. Oh Gott, which? Oder... Ne, Nico, du hast eins. Jaco, ne. Nibono hat noch keins. Ah, ne. Ich hab Schmerzmittel ein bisschen. Ah, nein. Oh Gott, nicht auf mich. Nein, nein, auch nicht auf mich. Lauf. Wo ist die? Achso, Nico muss laufen. Schnell, hau ab, hau ab. Sehr schön. Oh. Das war gut. Ja, komm, nimm mal die Dinger hier mit. Nein, Boomer. Oh. Habt ihr das gesehen? Sie kommen. Sie kommen. Ah. Ich seh nicht. Oh, ich brenne. Wo muss ich denn hin? Da. Ah, von oben. Ich bin Jockey. Jockey. Der rennt mit mir ins Feuer. Wollt er mit mir durch den Laden züngeln. Boah, scheiße. Achievement gekriegt. Achievement Jäger. Die Map ist irgendwie echt zu heftig für so eine Pause. Ja, das finde ich auch. Okay, hier ist noch ein Molotow Cocktail. Den nehmen wir hier auf den Nico drauf. Ach, hier ist ein Baseball Schläger, falls einer möchte. Ah, hier ist so ein geiler Sturmgewehr. Und die Militärische. Oh nein. Ist das Dreischussgewehr, oder? Ich hab da ein bisschen was verkackt. Ach, hier ist eine Rohrzange. Ja, ist okay. Noch ein bisschen mehr Feuer. Ja, die verrecken jetzt alle. Drei Schuss, die finde ich ganz cool. Ah, jetzt brenne ich auch. Ja. Ähm. Aber dann sind wir erstmal alle los. Hä? Hä? Oder fast alle. Ah, Schmerz. Ah! Ah! Was macht der denn hier? Wow! Oh! Äh. Soll jetzt säbel ich euch kaputt. Töten! Ninja! Komm schon! Ich glaube hier irgendwo war ein Hunter. Oder ein Jockey oder sowas. Ja? Äh. Ne, ein Züngler. In der Misch. Der Züngler. Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ah ne, Splitter ist das jetzt hier gewesen. Uah! Sicher? Ich glaub mich hat ein Spoker. Was war das denn? Ah, scheiße! Hinter euch sind übrigens Bafi. Oh nein! Was denn? Ich hab hier ne... Ich hab einen kleinen Brand gelegt. Ich warte ganz kurz, ich glaub da war ein Medipack. Oder so. Ja. Äh. Was ist das da hinten? Ah! Jetzt höre ich auch ein Smoker. Da oben. Wo? Ah! Tot. Oh Mann! Äh, Hunter! Oh, Buma! Okay. Ah, hier gibt's ne Kalaschnikow. Schön. Lauf nicht alles weit weg, ne? Jaja, ich... Oh, scheiße! Oh, Karussell! Ja! Ah! Nein, Hunter! Hunter! Ja, der ist auf, Jakob. Da muss man Aktion und Reaktion zeigen. Also Aktion, genauso wie bei der Schwester. Ich bin bei der Hälfte. Ich bin bei der Hälfte. Ich bin bei der Hälfte. Ah! Wo müssen wir denn jetzt lang, hä? Wo seid ihr denn jetzt? Oh, scheiße! Ich hab' mir nicht verlaufen. Ich hab' mir nicht verlaufen. Okay, hier ist ein Eben. Oh, pass auf, Nico! So, der ist weg. So, der ist weg. Splitter schon wieder. Alter, wir werden hier voll... Wir spielen aber auf Fortgesch... Oder... Was spielen wir? Ne, ich glaub' normal. Setz' ich mal gleich Brandmuni, oder? Ich hab' nur noch 23 Schuss. Ach, komm. Ist jetzt gleich Brandmuni. Ist denn Munition irgendwo vielleicht noch? Oh Mann, das war schon eine Weile her. Oh Gott! Ey, meine Taschendampe geht wieder! Yeah! Sehr gut! Das erste Mal mit Taschendampe. Ja! Das ist wunderschön! Oh, ich nehm' jetzt dieses Teil hier mit. Aber irgendwie... Hilfe! Ah, geil! Ich hab' Verbandszeug! Wie viel? Wie viel? Oh, warte, ich setz' hier gleich mal die Brandmuni. Okay, hier sind Waffen. Äh, Shotgun, Shotgun, Shotgun. Okay. Ah, ich nehm' wieder die hier. Oh, ich hab' noch 16 Schuss, was? Ja, ja, deswegen. Ach, wir müssen hier hinten... Oh, Tank! Tank! Scheiße, Scheiße! Kommt da raus! Kommt da raus! Schnell! Wo? Tank! Kommt da schnell raus! Okay! Ja, er brennt schon! Ich hab' mit der Brandmunition hier getroffen. Ich lauf' dir hinterher, Jako, ne? Oh, oh! Das wird jetzt aber schwierig, glaub' ich, ne? Oh ja, das wird relativ... Okay, äh, wir sind hier drin gefangen. Ah, er ist tot! Ah, jetzt geht die... Oh mein Gott, ich hätte ja schnappel die ganze Zeit raus, ich dachte, hier geht's schon wieder nicht, ja? Nein! Nein! Ich brauch' Hilfe! Ich hab' ein Messer, ich komme! Ich hab' ein Messer, ich komme! Ich hab' ein Messer, ich komme! Ich komme, ich komme! Scheiße! Danke! Ich bin schwer bewaffnet! Mit nem Messer! Danke! So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich hab' irgendwie totalen Durchblick! Hier hinten! Ach stimmt, da wo das Haus mit dem Pfeil ist! Ja! Ich bin ja gerade überlegen... Ninja Sweat? Ninja Sweat? Oder getanzt? Ninja Sweat! Sweat? Ja! Waffen! Standardwerfer! Der ist schon weg! Warte, ich steck' irgendwie... Ich komm' nicht mehr raus! Du steckst fest! Ich seh' nix! Oh! Okay! Warte! Hier ist... Hunter! Hab' ich! Wo steckst du denn jetzt fest? Da drin? Das frage ich mich auch! Keine Ahnung! Ich seh' ja nix mehr! In wem steckst du fest? Warte mal! Ich geh' jetzt wieder draußen! So jetzt! Oh nein! Ich geh' nicht! Jetzt komm! Beweg' dich mal! Spitter! Was? Oh ja, super! Nein! Warte, ich helf' dir! Ich helf' dir! Alle raus da! Alle raus da! Ist er schon tot? Jetzt stürmen wir das! Achso! Boah! Aber irgendwas explodiert hier noch! Die Flammen kommen hier durch! Ich seh' da drin gar nix! Mein Taschenab ist so mega schwach! Okay! Boah! Moment, ey! Jetzt hängt wieder was! Was ist das denn? Was ist das? Ich kriege gar nicht zu viel! Okay, komm! Geht wieder! Also irgendeinen hab' ich schon wieder gehört! Und wo geht's da rein hier? Ja, ich wusste grad sagen, da ist das Garagentor offen, oder? Ja, aber... Oh, hier liegt voll viel Stuff! Äh, Munizio! Ja, ein Medipack, endlich! Oh, oh! Jetzt kommen hier irgendwo... Oh, scheiße! Er hat mich! Er hat mich! Ahhhh! Ich dich lässt! Ich hab'n Granatenwerfer! Ja, warte! Ich bin gleich tot! Also ich lieg' zumindest gleich am Boden! Boah! Lass mich hier durch! Alles gut! Alles gut! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich heil' mich mal! Ich geh' aufs Dach! Oder auch nicht! Ah! Jetzt aber! Jetzt aber! Ah, komm! Ah! Warte! Warte, warte, warte! Ich hab' dich! Geht, geht doch! Danke! Okay! Okay! Warte nach! Warte nach! Warte zurück! Ach! Hier war doch jetzt die Rutsche, oder? Ja! Ja! Äh! Boomer! Oh, ja! Ja! Schön! Was für ne Rutsche? Hier vorne links! Jui! Auf, komm! Wir machen Wettkann! Ja! Wir haben gar keine Watten! Ja, stimmt! Drei... Ja, das ist ja unfair hier, Nico! Ja, genau! Alle wieder hoch! Ich hab' den Splitter gesehen! Achso, okay! Und schießt hart daneben! Ich komm gar nicht hoch! Ui! Oh, schade! Geht gar nicht! Oh, mit der AK, ey! Ach, hier geht's weiter! Da durch? Hast du die Granatwerfer? Ja! Ja, okay! Ich dachte schon gerade, was explodiert hier die ganze Zeit! Äh, Smoker! Wo? Oben! Schön! Medikits! Ja! Sehr gut! Munition! Nein! Oh! Ich wurde geschnappt! Ich wurde geschnappt! Achso! Danke! Alter! Der rollt hier so auf mit dem Apparat! Sehr gut! Das gibt's nicht! Der hat ne ziemliche Bandbreite, ne? Ja! Oh Gott! Ah, ich dachte gerade, der wäre ein Charger! Hä? Wurdest du angekotzt, Jaco? Ich wurde angekotzt! Ich konnte gerade nichts mehr sehen! Der ist ziemlich angekotzt! Äh, hinter dir! Oh! Oh, Hunter! Wo ist der? Da hinten! Schön! Ja! Was machst du denn hier? So! Sollen wir mal runtergehen? Ja! Ja! Aber alle auf einmal dann wieder, ne? Ja! Äh, Nico? Nico noch da? Oh, scheiße! Jetzt bin ich schon runtergesprungen! Ja, solange einer mitgeht, ist okay eigentlich! Nico! Nico, hörst du uns noch? Ich packe dir das schon ab! Also wir aktivieren den Kontrollraum da jetzt noch nicht! Die Stromzufuhr! Nein! 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 Warte, warte, ich komme! Sorry, mein Internet war weg! Achso, okay! Habt ihr gar nicht mitbekommen, was? Doch, doch! Wir haben gerade gefragt! Jetzt bist du hier, oder? Ach, stelle die Stromzufuhr mit... Warte! Springen Sie nicht runter! Schrennen Sie zum Kontrollraum, um das Karussell zu betätigen! Ach komm, gib zu! Okay, aber... Doch! Äh, irgendwas gehört! Ich auch! Irgend... Ah, Smoker! Wo ist er denn? Ich hab so das Gefühl... Was ist das auch mit dem Konzert? Oh, ein Splitter! Oh! Ach, ja stimmt! Genau! Also dafür will ich auf jeden Fall die Gitarre haben! Ja! So da vorne ist, ich glaube, so ein Medi-Kit-Teil! Soll ich jetzt mal raufdrücken? Ja! Ja? Ich wollte dir den Spaß nicht nehmen, deswegen hab ich es gelassen! Aber wir müssen hier vorne durch! Wo ich hier stehe! Okay! Schalten Sie das Karussell aus! Ja, wir wollen uns mal durch! Ja! Abschalten! Sprinten! Nein! Nein! Hunter! Danke! Sehr gut, Nico! Ist der schon tot? Bisschen Einsatz muss ich hin und wieder auch mal zeigen! Alter, gut, dass du die Granat werf hast! Ist ganz schön am Arsch gewesen! Wo stellen wir das ab? Ah, hier vorne! Oh! Ah! Hilfe! Okay! Ist aus! Jetzt werden Koteletts gemacht! Komm her! Komm her! Du musst, du musst kommen! Ah! Komm bitte! Hilfe! Warte, warte, warte! Nein! Ich hänge fest! Oh nein! Warte, ich komme! Bei mir standst du gerade noch hinten, Jakob! Jetzt hing ich gerade auch fest! Das darf doch nicht wahr sein! Okay, ich muss irgendwie da rumkommen! Oh! Oh! Du musst da, warte, durch das Gitterlaker weg! Haut ab! Hast du's? Ja! Jetzt kriegen wir nämlich ein Problem! Jetzt kriegen wir ein richtig fettes Problem! Oh nein! Jetzt habe ich keine Munition mehr für den Granatwerfer! Ja! Oh oh! Splitter! Nein! 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 Das darf doch nicht wahr sein! Ich komme nicht weg! Oh! Ja! Super! Nein! Nein! Ich krieg den! Ich krieg den! Ich krieg den! Kacke! Alter! Es sind so viele Viecher! Oh! Der lebt noch! Ich verrecke! Ihr habt fast keine Munition mehr! Wo bist du? Ich komme! Ich muss eben einmal Brandmunition stellen, weil ich sonst nichts mehr habe! Gut! Hier gibt's Brandmunition! Okay! Ich brauche noch eine richtige Waffe! Ich hab das für dich! Äh! Ist da irgendwie noch ein Gewehr oder so? Wo denn? Ich könnte meins geben! Für die Baseball Schläger aber... Egal! Eine Brandgranate! Verschließen! Ja egal! Ich hab noch die! Los geht's! Alter Scheiße! Ich bin ja fast tot! Ich glaube hier vorne ist auch schon! Der Schutzraum! Das ist gut! Das heißt! Jetzt sind wir nicht mehr in Gefahr! Nee! Das hab ich nicht gesagt! Okay! Also vorerst! Was? Hier gibt's nur... Also das ist doch doof! Hier gibt's nur Gewehre! Ich hab noch gar nicht geguckt! Ja! Aber es gibt Munition! Immerhin schon mal was! Mhm! 3700! Ja fast alleine! 18! 18! Aber immerhin! Keinen Schuss drauf gesetzt! Haben wir uns geteilt! Ja! Ja! Immerhin! Grandiose Null! Schaden gemacht! Mhm! Ja! 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 Vielen Dank.